ODIEN Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odin was shoppen. Ich kann euch jetzt leider noch nicht alle zeigen. Moment. Das habe ich ja im Livestream schon gezeigt. Machen wir das als erstes. Ich muss meine Amazon App suchen. Da ist sie. Ich habe mir Schuhe gekauft, die kommen jetzt irgendwann zwischen dem 28. und dem 4. November. Meine Bestellungen. Sieht man irgendeine Adresse? Das sieht man nicht. Das habe ich ja schon im Livestream gesagt. Ich habe sie für 69 Euro bekommen. Jetzt zeige ich euch mal, was sie jetzt wieder kosten. Schuhgröße 45. Jetzt sind sie momentan die schwarzen runtergesetzt von 100 Euro auf 93. Und ich habe bezahlt. Kann ich das hier über die App überhaupt angucken. Bestell Details anzeigen. Ja. So. Da kann man was sehen. Ich habe bezahlt 69. Und ich zahle eigentlich immer. 99, 109. Je nachdem welches Modell. Ich hole mir immer Ende des Jahres neue New Balance. Einmal im Jahr hole ich mir Nüten neue Balance. Und das ist immer Ende des Jahres so zwischen August und Januar in dem Dreh. So. Dann habe ich schon Videos gemacht. Den kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Der ist an der Ladestation. Ähm. Da hinten. Und er lädt, weil er die Bude schon wieder gemacht hat. Den Roborock S6. Den neuen. Ähm. Ich habe ihn leider in so weiß-grau. Ich hätte dieses weiß-Kupfer. Ist ja falsch dargestellt. Eigentlich ist das Kupfer hier um den Radarturm. Und einmal außenrum. Habe ich eigentlich gesehen. Hier auf dem Bild ist es halt nur da. Aber egal. Der ist super. Der macht seine Arbeit. Der kommt über 2 cm Stufen eigentlich rüber. Ich habe keine Probleme. Und das Wischergebnis muss ich echt sagen. Für so einen kleinen Roboter. Beachtlich. Richtig beachtlich. Und es gibt ja auch Skins, die man draufkleben kann. Dann sieht es aus wie das Schild von Captain America. Oder was weiß ich. Und dann sieht das auch ganz anders aus. Ideal. So. Hier sind noch die Ersatzteile. Ich muss noch neue bestellen. Ich habe für die Leute, die es interessiert. Ich habe mal Xiaomi angeschrieben. Und mal gefragt wegen Ersatzteilen. Weil es gibt ja die Ersatzteile so. Also es gibt viele Händler. Auch bei Amazon. Hier sind, das war halt alles mit bei. Und hier noch ein Filter. Und nochmal Wasserdüsen. Und Filter. Und hier nochmal so ein Ding. Es gibt ja viele, die so, ja. Nachbauten. Verkaufen. Und da habe ich bei Amazon schon gesehen. Einige sagen toll. Einige sagen, die Bürsten sind unterschiedlich. Also die Haare. Und dadurch klappert das. Klack 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 klack. Und dann habe ich gedacht. Ich schreibe mal Xiaomi an. Und frage mal nach. Wo kann ich denn Ersatzteile kaufen? Originale. Und da haben sie mir einen AliExpress Link geschickt. Den werde ich euch auch unten drunter verlinken. Da sind jetzt einige Sachen schon drin. Die vom S5 sind mit dem S6 kombinierbar. Also die sind, passen hundertprozentig überein. Also wenn ihr einen S5 habt, upgraden wollt. Oder einen S6 zusätzlich holen wollt. Und ihr habt schon Ersatzteile. Dann passen die auch da rein. Die Rolle. Die Wasserdüsen. Die Lappen. Alles. Passt super. Ähm. Die Rolle. Und die neuen Bürsten, die vorne dran sind. Die habe ich auch nicht hier mit bei als Ersatz. Die sind jetzt nicht mehr so mit Bürsten. Sondern mit so Gummis. Also mit so Gummi dran. Die gibt es noch nicht. Da auf der Webseite. Da habe ich aber schon andere Anbieter bei Ali gefunden. Die haben das. Aber leider teilweise nur ein Paket mit einer schwarzen. Oder zwei schwarze, zwei weiße. Wozu ich schwarz und weiß in eben brauche. Keine Ahnung. Aber egal. So. Dann habe ich noch was gekauft. Ach so, das ist jetzt. Ein Automülleimer. Der kommt nach hinten zu meiner Frau. Dann kann man oben was rein machen. Ich packe das mal aus. So. Der ist jetzt hier Vakuum verpackt sogar. Sehe ich gerade. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vakuum verpackt. Jetzt machen wir den mal auf. Momentan liegt bei meiner Frau. Ich habe ja hinten hinter dem Sitz so ein Tablet. Und so ein bisschen was für Zeitung. Oder irgendwas zum Ablegen. Am Sitz dran oder sowas. Und jetzt hat sie das halt voll. Und muss das halt immer regelmäßig entleeren. Und an der Tür an der Seite auch. Und da habe ich gedacht. Mensch. Das wäre doch geil. Ich packe das mal aus. Weil der ist auch wasserdicht. Ist wie so eine kleine Kühltasche. Musst ihr euch vorstellen. Außer dass die halt. Ich denke mal ein bisschen kühlen tut die auch. So. So. Und dann haben wir die hier. Die macht man dann hier fest. Mit Klettverschluss. So. Und dann hat man hier. So. Das können wir so ja über das was wir schon haben. Drüber machen. Wird das dann halt hinten an der Kopflehne. So. Fest gemacht. Und dann ist das da so dran. Und dann haben wir praktisch auf der Seite ein Netz. Wo wir eine Flasche rein machen können. Wir haben auf der Seite ein Netz wo man was rein machen kann. Und wir haben hier. Hier ist jetzt noch das Zeug. Und. Hier oben kannst du den Müll reinschmeißen. Ist halt so richtig mit so einer Öffnung. Mit so Gummi hier. Und. Man kann es dann abmachen. Also passt auch eine Büchse oder eine Flasche. Oder was weiß ich. Man kann es dann abmachen. Und dann halt einfach so über eine Mülltonne ausleeren. Und. Wasserdicht. Also selbst wenn ihr da jetzt eine Büchse rein schmeißt. Wir machen das jetzt mal vor. Habe ich eine Büchse hier? Ich habe keine Büchse hier. Ich nehme jetzt einfach mal das. Das ist Farbe. Ihr müsst euch vorstellen. Das ist jetzt einfach was zu trinken. Und der Deckel ist offen. Dann macht man das hier rein. Zack. Ringeschmissen. Man liegt das da. Und selbst wenn der Deckel gerade nicht drauf ist. Und das ausläuft. Scheißegal. Ist wasserdicht. Nimmt man dann nach dem wegschmeißen. Nimmt man das dann einfach mit in ein Badezimmer oder in eine Küche. Und spült aus. Und lässt es trocknen. Und dann kann man es wieder ranhängen. Passt auch ein bisschen was drin. Ich denke mal das ist eine ganz gute Anschaffung. So. Das war es auch. Eigentlich. Die Schuhe habe ich gekauft. Habe ich noch was? Ich guck mal nochmal nach. Die Apps habt ihr ja mitgekriegt im Livestream. Dass ich mir bei Amazon so ein paar Apps geholt habe. Gratis Apps. Radio Apps. Um zu testen. Schuhe habe ich euch gezeigt. Radio, Radio, Radio. Mülleimer habe ich euch gezeigt. Den Rucksack und das Klebeband habe ich ja im letzten Video schon gezeigt. Den Gameboy und das Spielzeug. Ja das habe ich alles im letzten Video gezeigt. So. Dann. Achso. Ich kann euch noch was. Da warte ich noch. Das kann ich kurz anteasern. Dazu werde ich ein Unboxing und ein Hardware Video machen. Wenn wir uns das angucken. Und ein Testvideo. Die haben sie mir gratis zur Verfügung gestellt. Und dann haben sie mich nochmal angeschrieben. Und dann habe ich gedacht. Aber über eine andere E-Mail-Adresse sagst du halt nochmal ja. Vielleicht hast du denn was zum Verlosen. Und dann haben sie gesagt. Ja die Kollegin hat ja schon geschrieben. Und dann. Ach schade. Dachte ich. Na jetzt fällt wieder nichts ab. Für euch. Und dann haben sie geschrieben. Ja wir können ja eins nochmal los schicken. Zum Verschenken für deine Fans. Und dachte ich. Geil. Da warte ich jetzt drauf. Dass der zweite kommt. Müsste heute. Morgen. Übermorgen. Irgendwann kommen. Und dann mache ich dazu die Videos. Und dann wird es dazu eine Verlosung geben. Ich denke mal. Für Weihnachten ist das ganz gut. Könnt da was hier hin. So. So. Ich werde auch noch was anderes mit drin packen. Beim Verlosen. Noch ein anderer Kopfhörer. Äh. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Das wird demnächst noch kommen. So. Dann würde ich sagen. Warten. Für Odima shoppen. Ist jetzt diesmal nicht so viel geworden. Ich warte halt wie gesagt. Jetzt noch auf den Black Friday. Wenn der Black Friday da ist. Dann geht es richtig los. Ähm. Da werde ich wahrscheinlich auch dann live bestellen. Weihnachtsgeschenke. Habe ich ja im Livestream schon gezeigt. Auf was ich warte. Äh. Und äh. Ja. Für die Große. Für die Kleine. Für meine Frau. Für mich. Und so. Und da hoffen wir. Dass beim Black Friday da was mit bei ist. Wenn nicht. Wird es so bestellt. Aber vielleicht hat man ja Glück. Und kriegt da ein paar Prozente. Also weg. Wieder Livestream machen beim Black Friday. Ich hoffe euch. Ihr freut euch darüber. Äh. Das ist am 29. November. Ich bin dann jetzt aber mal weg. Die Koffer hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen wären. Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. Däumchen. 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 Vielen Dank.